und warum mein name ist dann die europa und wir begrüßen euch zurück zuletzt play joshis wuli wult und wir sind hier in welt 5 der schnee welt ja weil ich voll schön finde ja es ist nicht schön hier ja sie sieht mich an ich bin das blauer joshi machen wir das zweite level ja machen wir zwei vereist oder tiefgefroren und alle tricks stücker sind gratis ich ziehe items magisch an und er muss halt ganz unten ja dinge werden sichtbar dann let's go geben wir irgendwie mehr geld außer zwar kriegen am ende auch scheiß drauf aber wir kriegen auch echt viel allein durch die bonus spiele ich meine klinge war nicht so viel um das wieder auszugleichen egal für das spielst du hast eine eis melone im mund ja man zerstört ich glaube es tut aber ich sehe was machen müssen wie denn die pflanze irgendwie erschienen so manche da schiebt den also ich brauche nur damit okay ja gut müssen wir gar nicht einsamen ist das schön dinge ja ich will heiße melone ich will auch eine jemals oder werden sie rutschen können merkt das ist leider keine eisfläche mein guter daniro lp und wenn mich ein eisblatt und jetzt mal traurig wenn du ihn schlägst es tut mir leid um ihn dass er keine freunde hat aber guck mal da der schießt schräger ist nach uns dann wolltest du weitergehen naja ich wollte ich den abschließen noch gesundheit ich mag den neuen joshi den ich habe schenke danke danke schön ich habe das im mund das ist die wahl auch geil das ist ein weil ort irgendwie so aus dinge gehen war was oder geld kräftung mehr junge frau joshi und blau war joshi vereint auf zwölf uhr donat ja du weißt was das heißt und ich habe schon ein paar sachen hier verpasst keine ahnung hier sagt die joshi und lau war joshi vereint auch da war zeit gut oder nein es ist diese frohle durch dann kommen wir gehen noch mal zurück ich will es noch mal machen das kann man es nicht darauf wie wir sagen wieso man nennen war drin er war auf dem wasser mit aus dem wahl rauskommt also was den gerissen haben das reicht uns nicht daran glaube ich freundlich das hatten wir nicht das hat eingesammelt verdauert ja das geht auch hier ist wie ich auch dieser dieser und seit die zeit gut gemacht ich komme nicht durch ich war wirklich mal auch kommt schon mehr junger haben wir hier ja ja lau barsch joshi wird lau barsch joshi haben wir da alles denke ja okay gehen wir mit hier gibt es halt nicht was hört auf hier müsste ich also nein 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 wie sah dieser plan aus sich zu plan ist eine schief gelaufen wir sollten noch mal in das bono spielen damit ich wollte ihn dadurch kicken ich krieg sogar kosten von ihnen warte mal kann man uns gegenseitig anfrieren ich glaube ich bekomme ich nicht einbringen ok komm noch mal schnell spiel das ist alles teil des plans ganz kinder aus großen mega master plan richtig mit mario massa ja das ist mit dem mario macht der plan ist ein alter plan aber ist immer noch ein paar mehr jungfrau joshi und glaube ich vereint ja warte auf mir ist hier unten noch was mehr da war die wolle wenn wir mehr 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 da wollen wir aber aufpassen hat er nicht da hoch schießt nein hat da unten kann man auch durch sich war die ganze zeit dem voraus naja schon versucht diese dinge noch mal weiter da war das eine neue chance nein wir wissen wir wissen dass die sporten also ich habe keine eisbelohnung mehr naja jetzt aber jetzt aber jetzt jetzt wo so eine pause kommt erwartet bis das ding weg ist ja aber endlich naja ist auch lang genug gedauert und bin es nicht ja war ein gott ich hasse diese sicher ja oh mein gott da gibt es schon gleich die nächste blumen wieso fliege ich mir so da links dieser menschliche ich hasse sie jetzt gemacht wir warten jetzt ist der regen jetzt gehen wir darüber ich brauche natürlich gar nicht ganz sehen kann ja das ist wirklich gut ich bringe runter stehen ich habe jetzt gerade verpasst wir haben aber eine wolle verpasst das habe ich mit ihm gemacht hat sogar klappt was okay kann man hier weiter ja okay das ist viel Spaß das war viel Spaß okay wo können wir jetzt eis da muss er uns einfrieren ich verstehe wenn mich ein kollege jetzt stirbt eine arbeit wurde verrichtet clever genius ich finde ich nicht gut aber alle blumen aber keine münzen und keine herzen also scheiße ich hasse mein leben flieger teppich warte mal falscher ort dafür eigentlich weil fliegende teppiche im winter hat passt irgendwie gar nicht zusammen fliegende teppich warum heißt der lebe fliegende teppich erklärt es mir ich schreibe ich schreibe den channel und gut viel mal an warum heißt dieses level fliegende teppich naja fliegende teppiche schnee orient orient und steht passt so passt schon gar nicht mehr macht auch perfekt sind guck mal ganze schnee mit und musik also was gut ich komme nicht mal runter ich komme nicht mal runter ich werde mal wie bewegt sich tatsächlich überhaupt da ist hier wenn er nach links steht wenn wir da weg sind dann geht er nach oben oder was ich war aus ich habe da wohl noch gesehen ich bin derjenige mit dem magnet okay okay das sieht nämlich vielleicht jetzt mehr gibt es mehr gibt in die rolle naja und hat jemand ein wolf fetisch das sollte ein wolf fetisch dann ihre ep ja du kleines kleiner erwartet du kleiner moment mal also kann man runter okay da kann man so auch nach oben und ich halte ich habe keine wolle willst du von mir hast du das gesehen ja ich war dabei natürlich also ich muss sagen du gibst dich den ball ab hat also ich hatte ich gegessen habe ich jetzt nicht so gesehen ja ja lüge oben ich habe es gebrochen einen riesigen sinken ich bin aber noch mal ich habe 20 ob ich glaube ich zum ziel neuer ist er mich dankeschön machst du wir sind so tief wo ich mich geblieben was hast du schon wieder mit dem steppich angestellt ich will keine andere farbe ich war gegen die farbe wir haben die dose schon längst offen hat den auf gegeben gegeben wenn man einen teppich wo kamen sie denn jetzt der pizza ist da los stecht darüber in den teppchen rolle super duper team work okay nein nicht tief ich erlebe mir das nein ja voll kleine teppich ich habe leider kein größen gefunden habe ich zu schützen ich krieg panik wenn jemand so nah mehr ran ist das kann man nicht voran also muss ich leider betragen weil man viele herzen habe ich noch mal umgucken ich schieb dich jetzt wieder nur darunter schmeißen was ich niemals tun also ich dass die lamborghini unter den teppichen für lamborghini unter den teppichen wer weiß nicht noch mal diese lange heißen lamborghini unter den teppichen wurde auf unser teppichen war allein der teppich ist noch schwer und der teppich ist noch schwer ja der ist voller von sonntag gespuckt da muss ich mich ich weiß nicht da wird aber trotzdem nicht gespeichert ich weiß ich weiß ich schnappe für uns der mich kaputt gemacht ich war eine der ist voll runter gesprungen jetzt stürzt er in sein verderben jetzt kriege ich die so ist das wenn gegner da drauf sind und hier abspringen wenn der teppich unter super mario wenn sie in einem plattform ja so ähnlich aber hey wir haben immer noch alle wochen und ich rette dich mit meinem teppich wir haben die letzte blube und auf unserem teppich nein nein aber es geht schon ja fast jetzt noch habe ich das nicht gemeint dort verdammte scheiße wie das passiert ich habe doch keine ahnung lassen uns einfach dafür sorgen dass der teppich erst noch oben bleibt da bist du ich bin wolle du bist wolle oder bist du wolle okay du war auf mich die ganze zeit zu essen das wollte ich nicht jetzt einfach nur hier weg nein da kommt die reine pflanzen lege die machen unseren teppich noch also geschenkt das wesen haben wir das schwarz-weißer joshi würde den okay aber ein bisschen stressig am ende blümchen blume ich mag keine blumen ich habe sie zum fressen ja mit den herzen aber wir haben alle stempel ja wir haben alle stempel und wir haben auch die wolle das heißt wir bekommen einen neuen joshi wir hatten ja schon wieder so viele punkte ich habe die melone bekommen die wolke gegessen ich habe keine bonus pute nein ich habe dich gefressen habe ich dich ja besiegt bis ans blut der zucker wird er geschmeckt die minuten haben wir ich habe kein 27 also soll man noch ein level machen oder soll man aufhören das lieben auch ja okay also dieses level ist echt kacke das ist weiter panda joshi da war noch keinen sinn das macht wirklich keinen sinn vor allem erstmal fliegende teppich orient im schnee und dann panda joshi ja weil orient ist nicht china und das schneidt auch nicht genau ich sehe schon im nächsten part gibt es eine festung von wem denn eigentlich das ist monty und nicht schon wieder monty schon wieder monty python bei monty python ist das so ich muss die filme mehrmals sehen damit du sie verstehst das ist leider der traurige bits dabei weil ich kann auch ein paar seien ja wenn wir party ja wir werden den part hier und beim nächsten mal sehen wir uns in dieser eis festung von monty ja schon wieder monty hurra gut bis dann tschau tschüss tsi kowski Bis zum nächsten Mal.